Hallo, hier Darksaver mit Wazi oder Infestation the News, wie es jetzt auch heißt und der Schönertlichkeit Sleepy Crest, wo wir jetzt einfach mal reingehen werden. Und ja, ich werde es jetzt noch mal immer wieder wiederholen, damit es auch klar ist. Ich habe keinen Ton auf dem Rechner momentan, das heißt, ich muss mich vollkommen auf das Spiel konzentrieren, also hauptsächlich auf Visuelles. Und ja, das heißt natürlich, dass ich hier auf Tomis hier nicht reagieren kann, deswegen, wie ich schon gesagt habe, muss ich mich sehr stark auf das Spiel jetzt drauf konzentrieren. Oh, die Pickaxe. Ich sollte mich auch ein bisschen mehr umschauen. Da stelle ich gerade fest, das wäre sehr, sehr schlau. Oh Gott, wo fange ich an? Am besten am Rand. Bei dieser schönen Scheune hier. Und ich darf auch nicht rennen jetzt, das wäre ziemlich droh. Denn hier können auch überall welche liegen und da habe ich mich einen schon übersehen gehabt, deswegen passe ich jetzt mal ein bisschen mehr auf. Ja, für euch verändert sich dadurch nichts, ich muss halt nur selber dadurch ein bisschen mehr aufpassen. Und ich weiß jetzt auch endlich, was ich mit dem Zeug hier anfangen kann. Ähm, ja. Ja, ich kann es auch, wo ist der ganze? Ich habe mir hier im Rucksack gereicht. Äh, also für die große Runde, die ich jetzt eigentlich vorhabe, reicht das wahrscheinlich gar nicht aus. Naja, am Ende kann ich vielleicht ein paar Kraftzeug raushauen. Ähm, so, hier ist eigentlich nichts weiter. Auch nichts weiter, dann können wir weitergehen. Hier scheint jetzt momentan niemand zu sein. Oh, eine Verisk. Schön, schön. Plastik. Nimm erstmal alles mit. Ähm. Wenn es überhaupt nicht geht, dann auch ich zu besuchen. Aber, also Sachen wie zum Beispiel Bandagen herstellen. Ähm, kann ich mal schauen. Moment, hier. Ähm, Bandagen. So, da brauchen wir einfach nur so Zeug. Perfekt. Oder Antibiotika, Pillen und Dosen. Also sowas sollte ich mir merken. So Tape und Ducktape und, hm, und Plastik. Okay, für, für eine Spritze ist das nicht doof. Metall und Wasser. Also, das sollte ich mir vielleicht merken. Es wird wahrscheinlich jetzt nicht gerade schlau, dass ich hier an dieser Stelle das mache. Okay. Ja, ist aber cool. Also, so, so kann man sich das merken. Also, Pillen und das und Tape und Dosen. Das muss ich mir merken. Okay. Ähm, hier scheint nichts weiter zu sein. Ich war jetzt mal nur eine Straßenseite. Das ist, glaube ich, ähm, am Schlau. Und da ist was. Da sind P. Schmerzmittel sowieso. Ach nee, nein, 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 nein. Und was anderes. Genau, so. Perfekt. Ähm, da fällt mir gerade auf. Äh, ich trinke mal das hier. Taut das rein. Ähm, aber das hat nicht wirklich viel gebracht. Ähm, dann machen wir mal ein bisschen. Oh, perfekt. Ich werde das jetzt aber nicht noch eins hinterher setzen. Das wäre ein bisschen übertrieben. Ähm, ja. Oh, die Stasi macht gleich. Ein bisschen Spaß hätte ich mir auch noch können. Eine Schaufel. Ähm, ne, 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 ne. Das ist einfach nur so ein Sicherheitskasten. Sicherheitskasten. Also sieht jedenfalls so ein bisschen danach aus. Ähm. Ich werde mich ein bisschen mehr umschauen. Das ist... Es ist eine doofe Angewohnheit, das einfach selber sein zu lassen, weil... Äh... Die Viecher können überall kommen und natürlich auch andere Spieler. Auf die ich ja momentan nicht... Oh, Leute, geh. Nicht hoffe. Ich hätte Bete, ja. Wäre ich wahrscheinlich... 14 Leute sind wir. Äh, wäre ich wahrscheinlich eh nicht brauchen. Aber wir sind eigentlich schon gut bestückt. Ich glaube, ich glaube, wir brauchen nur noch... Wir brauchen wir nicht mehr. Ich. Irgendwie muss ich mal... Ähm, gerade schon vor allem, wenn der Ton heißt, irgendwie eine Gestikulation machen wir auch noch so machen. Damit ich auch immer weiß... Ah, okay, jetzt kannst du schneiden. Ähm, ja. Das ist nur so eine... Scheiße. Wie ist das, trotz der Trost? Oh Gott, ist das wahrscheinlich total doof, was ich hier mache. Wenn man das fahren kann, dann bin ich am Arsch. Hier sind Leute. Das gefällt mir nicht. Ähm, dann darf ich nicht schießen. Und hoffen, dass die jetzt noch nicht hierher kommen. Ich werde jetzt erstmal hier an den Zombies wegmachen. Ähm. Ja. Ich mache erstmal die Zombies hier in der Nähe weg. Und... Dann werde ich ganz schnell das zweite suchen. Komm her. So, Pickaxe. Ich sage mal... Ähm. Spitzhacke. Ich Pickaxe. Bandage. Das ist doch schon mal schön. So. So. Ich nehme die hier mal mit. Sehr schön. Aber... Ihr kriegt zwei. Nein! Nicht gut. Nicht gut. Nee, 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 nee. Aber... Nicht verblutet. 72. Das ist... Solange es noch über... die 60 sind es alles gut so ich gehe erst mal warum die da draußen in den platz jetzt mal sein so der andere seite haben wir ja soweit da geht auch in die andere richtung das cool eine krüger mini auch keine schlechte waffe jetzt würde ich die nicht benutzen hier scheinen welche in der nähe zu sein ich weiß ich nie ob ich wirklich sicher bin also ich werde es auch nicht mehr hier und die zehn minutenkünze machen jetzt jedenfalls nicht hier weil ich werde dann gleich wenn ich irgendwie in sicherheit gehen und dann sofort abhauen also in einem anderen server folgen gehen und hier scheint ja jemand zu kompieren was ich gut verstehen kann weil man kann hier ziemlich viel gutes abgreifen das kann sein dass ich dann erst mal das alles wieder weg schaffe das ist perfekt das maussen also man darf sie wirklich nur perfekt treffen dann sind sie auch wirklich weg ich bin jetzt so angespannt es kann nichts hören und muss aber tatsächlich darauf achten dass erstens keine spieler kommen und zweitens hier die zum ist wichtig erledigen und auch gott ich weiß gar nicht wie viel ich überhaupt noch mitnehmen kann das ist zu gut was ich jetzt hier alles habe bedeutet dass das dann niemand mehr ich werde ganz ehrlich ja 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 schnauze ich habe dafür den kugelschläger aus dem bau ist nicht na ja ist noch besser halb raus zu viel bist du mich verarschen äh dann scheiß drauf okay dann völligermaßen ich bin das jetzt weg ich gehe mal vorher in einen anderen server zur sicherheit okay das werde ich aber wieder in ein special bringen definitiv dann nehme ich mich jetzt nur noch hier hin und gehe erstmal aus dem server raus so zehn sekunden hoffentlich klappt das auch alles hoffentlich klappt das auch alles so gehen noch ganz gut würde ich meinen ich gehe erst in der nächsten folge in den nächsten server ähm das war der neunten oh gott ich muss nicht mal gucken welcher jetzt kann ich gleich in der aufnahme schauen ähm ja dies war es jetzt erstmal von der 10. folge von war sie und der leuchtigkeit die wir eigentlich noch nicht ganz abgeschlossen haben ähm aber kommt doch vielleicht nicht mal heute vielleicht irgendwann später im leute des let's plays aber ähm dies war es erstmal ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen und dann Tag selber, bis dann.